Der Pride Month ist unwahrscheinlich wichtig für die Community, aber auch für alle anderen. Denn es geht dabei ja nicht nur um Schwulen und Lesbisches, sondern es geht dabei einfach um die Vielfalt zu feiern, die es schon immer in der menschlichen Kultur und auch in der Natur gegeben hat. Und klar, im Grunde genommen ist jeder Tag Pride, jeder Tag ist CSD. Aber dieser Monat steht wirklich komplett im Zeichen der Vielfalt, um einfach auch mal darauf aufmerksam zu machen und zu zeigen, wie bunt und schrill und laut das Leben sein kann und wie schön und wie glitzernd. Aber auch tatsächlich, um auch nochmal darauf aufmerksam zu machen, was wir tatsächlich auch in den letzten Jahren erreicht haben, wo wir tatsächlich bei vielen Dingen immer noch ganz, ganz weit hinten anstehen, wo wir immer noch kämpfen müssen und auch auf die Probleme, die wir heute immer noch haben, aufmerksam zu machen. Es gibt leider immer noch viel zu viele junge Menschen, die sich das Leben nehmen, weil sie sich nicht trauen, ihre Persönlichkeit frei auszuleben. Es ist leider immer noch so, dass es viele Menschen gibt, die einfach wirklich immer wieder homophoben, diskriminierenden Verhalten ausgesetzt sind, verprügelt werden, verfolgt werden. Es gibt sogar Länder, in denen Homosexualität immer noch unter Todesstrafe steht und wo auch homosexuelle Menschen einfach auch strafrechtlich verfolgt werden. Und um genau auf diese Probleme aufmerksam zu machen, ist dieser Pride-Month unwahrscheinlich wichtig. Und gerade auch für die Menschen, die sich immer noch homophob verhalten, die sehen dann halt einfach, wie bunt und laut das Leben sein kann und wie schön und wie glitzert und wie schrill, aber sich vielleicht dann doch noch mal eher mit dem Thema beschäftigen und auch einfach noch mal lernen, damit umzugehen und auch noch mal zu akzeptieren, dass es das halt einfach schon immer gegeben hat. Und das muss natürlich ordentlich zelebriert werden. Und dafür ist der Pride-Month unwahrscheinlich wichtig. dass es so gibt, wenn es so gibt, Vielen Dank.